Ich bin Frank Niemann. Ich bin der Inhaber oder Betreiber der Grafikwerkstatt und das Kalligrafiestudio Frank Niemann, also die Manufaktur der kleinen Schriften, so wie ich es immer freundlicherweise bezeichne. In meiner Grafikwerkstatt beschäftige ich mich mit der künstlerischen, überwiegend künstlerischen Anwendung von Schrift und Grafik und ich stelle dort zum Beispiel Gruß- und Spruchkarten her, Glückwunschkarten, Leporello-Karten ist mein Highlight. Ich beschäftige mich mit der Kalligrafie, der Kunst des schönen Schreibens und biete dazu auch Kurse an. Man erreicht mich entweder über meine Webseite www.schriftlichkeiten.de oder in meiner Grafikwerkstatt, sprich in Ablass, gehört zur Stadt Mügeln. Man kann mich auch anrufen, 0, 3, 4, 3, 6, 2 ist die Vorwahl und dann die 3, 4, 5, 6, 9. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.